20 Jahre FRM. Der große Rückblick wird Ihnen präsentiert. Vom Autohaus Hüttel Oberhäslich, Ihr Partner für Seat und Skoda, sowie HSH Werner Oeser, Hochbau, Sanitär, Heizung. HSH Werner Oeser, mit uns können Sie bauen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei FRM. Ich freue mich, dass Sie auch in dieser Woche eingeschaltet haben zu einer ganz besonderen Sendung, und zwar zu unserem ersten großen Rückblick. Im Jahr 2000 wurde FRM gegründet, also feiern wir dieses Jahr unser 20-jähriges Bestehen. Die große Feier fiel coronabedingt aus, aber dennoch haben wir keine Zeit und Mühen gescheut und haben uns das Archiv der letzten 20 Jahre angesehen und die größten Highlights für Sie herausgesucht. In dieser Woche möchten wir Sie auf eine Zeitreise mitnehmen, und zwar ins Jahr 2001. Und Sie werden überrascht sein, was sich alles in der Zwischenzeit verändert hat. Viel Spaß in den kommenden Minuten. Am 22. August besuchte der damalige SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröter die Ohrenstadt Glashütte. Genauer gesagt die Firma Nautische Instrumente Mühle. Der Geschäftsführer Hans-Jürgen Mühle stellte sein Unternehmen dem Politiker vor. Dieser interessierte sich sehr für die präzise Handarbeit, die für die Produktion der Zeitmesser notwendig ist. Politiker aus Deutschland und Tschechien kamen im Herbst ebenfalls in die Region. Am 8. Oktober 2001 wurde das erste Teilstück der A17 für den Verkehr freigegeben. Am 5. November 1995 gab es einen Bürgerentscheid, bei dem sich 68% der Dresdner für den Bau der Autobahn A17 entschieden. Im August 1998 wurde dann mit dem Bau des ersten Teilabschnitts begonnen. Nach rund drei Jahren Bauzeit war der Abschnitt vom Autobahn-Dreieck Dresden-West nun bis zur Abfahrt Gurbitz befahrbar. Allzeit gute Fahrt. Im Jahr 2004 wurde dann die Strecke bis zur B170 freigegeben und 2006 die komplette Strecke bis zur tschechischen Grenze. Im Jahr 2018 wurden auf diesem ersten Streckenabschnitt im Durchschnitt 47.064 Fahrzeuge pro Tag gezählt. 8.364 Lkw waren hier täglich unterwegs. Während der Verkehr auf der A17 anrollte, kam er auf dem Depoldeswalder Marktplatz zum Stehen. Denn hier wurde mit den umfangreichen Umbaumaßnahmen begonnen. Ursprünglich geplant war, dass die Umgestaltung des Depoldeswalder Marktplatzes Weihnachten 2001 abgeschlossen ist. Doch Planungen und Fördergeldbeantragung verzögerten sich so weit, dass erst im Spätsommer 2001 mit dem Bau begonnen werden konnte. Damit war der Wunschtermin nicht mehr zu halten. Der Bürgermeister Horst Bellmann begrüßte zum symbolischen Spatenstich. Sehr verehrte Anwesende, ein herzliches Willkommen zum sogenannten ersten Spatenstich des Um- und Ausbaus oder Neubaus unseres historischen Marktes in Depoldeswalde. Wir werden natürlich den ersten Spatenstich mit modernster Technik durchführen. Das heißt, wir werden uns dieses modernen Buggers bedienen. Und wer Horst Bellmann kannte, weiß, dass er es sich nicht nehmen lassen hat, diesen selbst durchzuführen. Bei solchen großflächigen Tiefbauarbeiten kommt es nicht selten vor, dass auf archäologisch wertvolle Funde gestoßen wird. So auch hier. Vor einigen Tagen, wir haben auch gemacht Bauabschnitt 1 in die Ecke gegen Polizeirevier. Und bis jetzt, wir haben ein sehr schönes Pflaster von Meteralter gefunden. Das sind die Reste von alten Oberflächen. Auf dieses Niveau, wir haben auch eine alte Brandschicht gefunden. Das alles ist ungefähr am Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts datiert. Das ist das Fundmaterial von der Brandschicht, sowie von der Oberfläche des Kopfsteinpflaster. Doch nun erst einmal genug von Baustellen. Im Jahr 2001 wurde natürlich auch gefeiert. Zum Beispiel hatten die Seifersdorfer ihr Dorffest. Und das fiel sehr, sehr nass aus. Und das ist eigentlich sogar noch untertrieben. Regen, Wind und Schlamm prägten das Dorffest in Seifersdorf. Über provisorisch errichtete Holzstege konnte man sich relativ schlammfrei bewegen. Doch die Besucher ließen sich davon nicht den Spaß verderben. Im Zelt wurde ausgiebig gefeiert. Und dank Glühwein musste auch niemand frieren. Neben dem Festzelt wurde sogar ein Golfplatz eingeweiht. Am gleichen Wochenende fand auch in Freital das Windbergfest statt. Da der Platz des Friedens besser befestigt war, lief die Veranstaltung hier schlammfrei ab. Aber dennoch hielten sich die wenigsten im Freien auf, sondern suchten auch hier Schutz im Festzelt. Zum Beispiel bei dem Michael-Jackson-Double. Musikalisch geht es auch gleich weiter. Mehrere Chöre aus der Region waren bei Alles Sinkt im Heinz-Freizeitzentrum dabei. Doch zuvor gibt es eine kurze Werbeunterbrechung. Musik Sie wollen neu bauen, renovieren, sanieren? Dann sind wir der richtige Partner für Sie. Hochbau, Sanitär, Heizung, alternative Energien. Wir kennen uns aus. Sächsische Handwerksqualität ohne Wenn und Aber mit 24 Stunden Notfallservice. Besuchen Sie auch unsere Bäder-Verkaufsausstellung in Dresden, Recknitzhöhe 76 und informieren Sie sich über die neuesten Trends. HSH, Werner Oeser, mit uns können Sie bauen. Herzlich willkommen im Autohaushüttel in Oberhäslich. Ja, ich habe schon gesagt, wir kommen jetzt so ganz langsam wieder auch auf die Urlaubszeit zu. Und wir, so wie es aussieht, können ja auch wieder in Urlaub fahren. Da sollte man natürlich auch sein Auto in Schuss bringen. Also alle wichtigen Dinge nochmal nachprüfen. Und dazu ist natürlich auch die Werkstatt hier am Autohaushüttel bestens prädestiniert. Herr Emke, Sie haben auch was Neues investiert, oder? Genau, wir haben natürlich die Zeit genutzt, wo ein bisschen weniger los war, um hier auch eine neue Hebebühne zu installieren. Dass wir natürlich dann auch zuverlässig und schnell für Sie arbeiten können. Was ist in Ihrer Empfehlung? Sollte man nochmal das Auto durchchecken lassen, bevor es in den Urlaub geht? Ist natürlich immer ratsam, bei einer längeren Strecke dort das Auto einmal durchzuprüfen. Nicht, dass man dann unterwegs liegen bleibt. Das wäre natürlich sehr ärgerlich und wird dann auch dem Urlaubsgenuss natürlich um einiges dann mindern. Und ich nehme mal an, man muss nicht unbedingt einen Seat oder Skoda fahren, um bei Ihnen einen Werkstatttermin zu bekommen? Nein, natürlich nicht. Können Sie mit jedem Fahrzeug, jeder Marke zu uns kommen. Und dann schauen wir uns Ihr Fahrzeug natürlich genauso gründlich an, wie auch unsere Seats und Skodas. Musik Lalalalalala Lass mich dir, Brüder, dass wir denn uns freuen sind, Gott tut uns, wie er teilt, wie er war. Jungen und singen und tanzen und streng sind, wer ist uns wir, solang wir jung sind. All Traurigkeit und Herzeleid, verweilt ihn übers Meer. All Traurigkeit und Herzeleid, verweilt ihn übers Meer. Drum singen wir die Fröhlichkeit und schallt alles weit und schallt. Frau Musiker, Frau Musiker, Frau Musiker zur Ehr. Frau Musiker, Frau Musiker, Frau Musiker zur Ehr. Wo Freundschaft und Achtung fehlen, wo sie trachtregieren kann keine Liebe sein. Wo Völker sich noch bekriegen, da kehre endlich Frieden ein. Das Lied verbindet ungezählte Menschen, die sie sich nie gesehen. Musik, Musik, die gegenüber aller Völker grenzen, dass sie sich versteht. Vor der Jahnturnhalle gab es in die Polteswalde ein großes Kinderfest. Und die Kinder, die sie in den folgenden Aufnahmen so ausgelassene Rumtollen sehen, haben vielleicht in der Zwischenzeit schon eigene Kinder. Der Deutsche Kinderschutzbund organisierte ein großes Kinderfest neben der Jahnturnhalle. Sport, Spaß und Spiel standen dabei im Mittelpunkt. Kletterwand, Hindernisparcours, Kinderschminken und vieles mehr ließen die Kinderherzen höher schlagen. Musik Für den nächsten Beitrag ist die Kinderherzen höher schlagen. Ist kein großer Ortswechsel notwendig. Wir gehen nur ein paar Schritte hinein in die Jahnturnhalle. Denn hier hatten die Volleyballerinnen ihren großen Auftritt. Seit 1951 wurde in die Polteswalde Volleyball gespielt. Bereits im ersten Jahr gewannen die Dipser Mädchen und Jungen die ersten Kreismeistertitel. Im Jahr darauf wurden die Mädchen Landesmeister und die Jungen belegten den dritten Platz. So erfolgreich ging es auch in den folgenden Jahren und Jahrzehnten weiter. Die Polteswalde entwickelte sich zu einer regelrechten Volleyballhochburg. 50 Jahre nach dem Start standen nun die Mädels vom TUS Die Polteswalde im Bezirksfinale. Hier sind sie mit sieben Siegen als beste Mannschaft eingezogen. Zusammen mit dem Heimvorteil galten sie als Favorit des Spieltages. Und diese Erwartung konnten sie auch erfüllen und setzten sich souverän durch. Platz 3 belegte Blau-Weiß Freital. Über Silber freuten sich die Volleyballerinnen der TU Dresden. Und unter dem Jubel ihrer Fans konnten die TUS Mädels ihre Goldmedaillen in Empfang nehmen. Auch im nächsten Beitrag konnte ein Verein etwas in Empfang nehmen. Traditionell am 11.11. um 11.11. übernahm der Dipholdeswalder Faschingsverein den Rathaus Schlüssel. Im Jahr 1992 wurde auf Initiative von Horst Wagner der Dipholzer Faschingsverein gegründet. Jedes Jahr am 11.11. um 11.11. ziehen sie vor das Rathaus, um vom Stadtoberhaupt den Rathausschlüssel zu übernehmen. Dieser wurde in den ganzen Jahren auch immer friedlich an die vertrauenswürdigen Hände der Nährinnen und Narren gegeben. Mit dabei ist natürlich auch immer die Funkengarde. Do the Bigger Digga-Ding-Ding-Dong Song. In die alte DRK-Rettungswache ist mit dem DRK-Fahrdienst wieder neues Leben eingezogen. Herr Klügel und seine Mitarbeiter sorgen für uneingeschränkte Mobilität und gewährleisten eine reibungslose Beförderung. Das Team ist speziell für die Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Menschen ausgerichtet und im Umgang mit Menschen mit Behinderung geübt. Wir fahren Menschen mit Behinderung täglich zur Arbeit in Werkstätten und Fördereinrichtungen. Kinder mit den jeweiligen Kindersitzen in Kindertageseinrichtungen. Ihre Angehörigen in die Tagespflegeeinrichtung oder zu Ärzten bzw. in Krankenhäuser für ambulante oder stationäre Behandlungen. Menschen mit und ohne Behinderung zu allen Anlässen, Verwandte und Gäste zu Hochzeiten oder anderen Feierlichkeiten. Zu Ausflügen und Gruppenausflügen zum Flughafen oder sonstigen Treffpunkten. Zu Einkaufsfahrten, insbesondere mit Senioren und hilfsbedürftigen Menschen und wir übernehmen allgemeine Kurierfahrten. Der Fahrdienst bringt Sie sicher ans Ziel. An den Leistungen hat sich mit dem neuen Standort nichts geändert. Sie finden den Fahrdienst des Deutschen Roten Kreuzes nun in Freital auf der Dresdner Straße 124. Liebe Freunde der Strachos Erlebniswelt, jetzt gibt es noch einen Grund mehr uns zu besuchen, denn wir haben unseren Biergarten für Sie komplett neu gestaltet. Neue Tische und Bänke sowie eine einladende Blumenpracht werden Sie begeistern. Genießen Sie hier täglich von 11 bis 21 Uhr und bei Bedarf gern länger unser umfangreiches Speisenangebot, sommerliche Cocktails, kühle Drinks oder ein frisch gezapftes Bier. Lassen Sie es sich bei uns so richtig gut gehen. Bei ungünstigem Wetter begrüßen wir Sie gern im Galerie-Restaurant und natürlich ist auch unser Erlebnisverkauf von 10 bis 19 Uhr für Sie geöffnet. Durch begrenzte Tischkapazität bedingt durch die neuen Corona-Auflagen bitten wir Sie nach Möglichkeit um eine Platzreservierung. Gern nehmen wir Ihre Reservierung unter folgenden Telefonnummern entgegen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre Familie Straßburger und das Team der Strachos Erlebniswelt. Herzlich willkommen beim DRK-Kreisverband Freital in unserem neuen Schulungs- und Ausbildungszentrum in der alten Pfeilenfabrik auf der Dresdner Straße 303. Hier bieten wir seit Mai diesen Jahres verschiedene Arten von Erste-Hilfe-Kursen an, unter anderem Erste-Hilfe-Grundkurse für Fahrschulen zum Beispiel oder Erste-Hilfe für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Trainings für betriebliche Ersthelfer. Erste-Hilfe-Grund dozen Erste-Hilfe-Grund orphananciation Vielen Dank, also wir sehen uns dann beim Kurs in unserer alten Feinzabdeck. Auf Wiedersehen! Haben wir auch Ihr Interesse geweckt, dann würden wir uns über einen Anruf oder eine E-Mail freuen. Gerne unterbreiten wir ein individuelles Angebot für Ihre Firma, für Ihren Sportverein oder auch für Ihre Familie. Am Anfang unseres 2001-Rückblicks haben wir vom Dorffest Seifersdorf und vom Windbergfest berichtet. Beide sind nässer ausgefallen als gewollt. Aber auch in Reichstädt und in Reinhardt-Krimma sind viele nass geworden. Da allerdings war es gewollt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und zu diesem Anlass gab es einen historischen Festumzug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Unsere Sendung neigt sich genau wie das Jahr 2001 so langsam dem Ende entgegen. Und was gehört zum Jahresabschluss dazu? Richtig, die Weihnachtsmärkte. Hier einige Impressionen aus Die Poldeswalde. Da der Weihnachtsmarkt durch die Bauarbeiten nicht wie gewohnt auf dem Die Poldeswalder Marktplatz stattfinden konnte, wurde er 2001 in den Schlosshof verlegt. Sehr zur Freude der Besucher. Wie Sie schon feststellen konnten, haben wir in diesem Jahr bedingt durch die Bauarbeiten auf dem Markt ein vollkommen neues Ambiente. Und ich hoffe, es gefällt Ihnen. Allen gefällt es nämlich nicht. Wir haben riesengroße Probleme mit dem Bauordnungsamt. Das hat uns versichert, es wird diesen Markt nicht wieder geben. Das verstößt gegen die sächsische Bauordnung. Und wir Deutschen, wir sind ja bei der Einhaltung der Gesetze, zumindest die meisten. Die nehmen das ja ganz genau. Und wir haben 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 das ja ganz genau. Am zweiten Wochenende wurde die Stimmung noch weihnachtlicher. Eine dünne Schneedecke färbte die Däscher und Straßen in winterliches Weiß. Das war unser Rückblick auf das Jahr 2001. Wir stöbern weiter im Archiv und präsentieren Ihnen nächste Woche das Jahr 2002. Und da gab es mit Sicherheit noch deutlich mehr als die Flut zu sehen. Ich hoffe, Sie sind auch, Sie sind auch dann wieder mit dabei und verabschiede mich bis dahin von Ihnen. Machen Sie es gut, Ihr Ronny Birner. Machen Sie es gut, Sie sind auch, Sie sind auch, Sie sind auch, Sie sind auch, Sie sind auch. Machen Sie es gut, Sie sind auch, 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 Sie sind auch. Untertitelung des ZDF, 2020